Hallihallöchen, seid grüßt Nummer 3 der fröhnlichen Snoopyduierei. Ähm, Hashtag 03. Wir spielen weiter auf der Mondoberfläche. Mondgestein. Oh. Auf dem Mond ist es lila? Ja, natürlich. Wie man es kennt, hier gehen wir zurück. Haben wir andere Gravitationen? Nein, Erdanziehungskraft, alles. Fliegende Bälle. Oh, oh la la. Snoopy. Welche Bälle fliegen denn? So, mal gucken. Was ist das? Okay, da braucht er länger. Was macht ihr hier? Okay, da kann man hoch. Matrim der. Stimmt, wir können ja jetzt wieder nochmal fliegen. Wow, die machen Speed. Speedrun. Okay, der Mond ist schon außergewöhnlich. Darf ich das mal so sagen? Kann ich da durchreinig? Kann ich da hinauf? Nein. Dazu muss ich schon. Wie können wir ohne Luft fliegen? Also dieses Rote. Was macht der Schleim? Okay, der macht uns... Mit dem können wir springen. Der Grüne macht Speed, der Rote macht uns langsam. Und... Bei dem können wir springen, genau. Oder einfach bergauf steigen, wenn wir X gedrückt halten. Hui! Speed. Interessant, interessant. Interessant, interessant. Also die Gegner erinnern schon ein bisschen an... 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 Little Big Planet immer wieder. Komm. Oder kann ich erst den Helikopter einschalten, wenn wir wieder weg sind? Genau, also im Strahl funktioniert es nicht. So. Und flieg. Flieg, Snoopy. Wie du noch nie zuvor geflogen bist. Der Grüne gibt uns wieder Speed. Flop, flopp, flopp. Flop, flopp, flopp, flopp. Flop. Einmal? Müssen wir zweimal? Zweimal, ja. Ufo Wirrwarr. Da kann ich nicht durch, okay. Dann müssen wir... Von Teller zu Teller springen. Wir fliegen einfach eine Runde mit. Lieber. Die sammeln wir doch alle. Denn eine Ufo-Fahrt, die ist lustig. Eine Ufo-Fahrt, die ist schön. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, als würde sich... Nein, ich will es nicht sagen. Oder doch? Warum die Level so freaky sind. Das erinnert doch alles daran. Snoopy ist ja doch eher oft ein bisschen ein... Träumeilein Hund, oder? Kann es sein, dass es vielleicht der gute Hund das alles nur träumt? Gucken wir mal nochmal unten. Das ist nur das hier. Das ist vielleicht das alles wirklich nur ein Traum von ihm ist? Wahrscheinlich. Ich glaube. Wenn man so in die Geschichten denkt, von seinem Roten Baron sein. Na, da spielt der Rote Baron für Xbox. Ich weiß eben noch nicht. Soll man sich das holen? Kann man sich das geben? Ist es interessant? Es kostet ja trotzdem immerhin im Shop 15 Euro. Interessant wäre es ja schon. Aber jetzt haben wir hier. Wildraumbereich. Die Namen. Immer wieder die Namen. Wildraumbereich. Oder trotzdem mein Klassiker ist immer noch Kürbisnachtopf. Wie heißt es auf Englisch? Die zwei warten doch schon so grünlich auf uns. Mama Roboter, Papa Roboter und Baby Roboter. Na ja, Baby eher Kind Roboter und Mami. Mama. Die Mama von Udo Linden. Was ist mir mal interessant? Mutter Lindenberg. Könnte ich auch eine Mutter? Na, müsste man probieren, ob ich die Stimme so verlieren könnte. Die Stimme an Udo schon ein bisschen weiblich klingt. Nein, die nicht. Die Udo Lindenberg Stimme verweiblichen. Hey, Stimme an 5. Was? Du hast einen Pfadfinder gefunden. Willst du auch den Rest der Truppe? Nein. Finden wir nicht. Na, da können wir noch nicht durch. Nach unten. Nach unten, nach unten. Hey. Komm. Nein, ich will da runter. So weit es geht. Danke. Mrs. Lindenberg. Entschuldigung Roboter. Willst du aufs Köpfchen steigen? Ich kann es mir aber sicher vorstellen, dass das Spiel wirklich so ist, dass der gute Snoopy das nur träumt. Wahrscheinlich steht es hinten sogar auf der Verpackung oben oder nach. Man hat es noch nicht gelesen. Steht wahrscheinlich Snoopy, unser Träumelein. Wie er schläft und sich die Welt vorstellt. Komm, nehme ich mit. Ohne mich. Geht hier gar nichts. Das Bündchen gibt ein Bündchen und so soll es sein. Alle Baguette. Über drüber weg. Danke. Das ist ja fast schon ein Automatiklevel von Mario Maker, oder? Und ins Ziel. Und die Cross the Line. Nein, es ist zu früh. Da ist noch ein Pfadfinder. Du hast einen Pfadfinder gefunden. Wilson. Der Nachbar von... Ach, der Nachbar... Der Nachtmar. Nein, der Nachbar von... Himmelweather Hammond. War das nicht Mr. Wilson? Oder? Ich glaube schon. Die Mutter fällt natürlich gleich K.O. rum. Ein kleiner Schlager und die ist außer Gefecht gesetzt. Nein. Runter. Runter. Hi, da ist noch einer. Du hast einen Pfadfinder gefunden. 4, Harriet. Mrs. Harriet, du bist du, Wilson? Und Level beendet. Level abgeschlossen. Jetzt kommt wahrscheinlich... ...Gurkenhahnflasche oder sowas, oder? Wird das nicht das perfekte nächste Level? Es gibt kosmische Spiele. Kosmische Spiele. She's a cosmic girl. So. Auf Unterfoden. Also, Wildraumlevel ist schon cool. Irgendwie mit den ganzen Fähigkeiten, die man hier so durch diese Schwingungen, oder wie soll man dann das nennen, eigentlich freischalten kann. Nein! Oh, da kommt gleich mit zu viel Speed hoch. Hm, komm. Lass es. Lass es dort. Wo es ist, lass es sein. Der rote Schleim macht nur langsam. Das war jetzt so die Anmerkung. Der kommt wieder. Ich wette. Ich bin mir nicht sicher. Soll ich mitfahren? Wahrscheinlich hätte ich mitfahren sollen. Du hast 1000 Secrets verpasst, Nachbar. Da oben wäre eine Charlie Brown Easter Egg Secret Figur gewesen. Nur du hast sie nicht gesehen. Hinter dem Video komme ich mir wirklich so vor. Ein bisschen wie, eigentlich hätte ich mich ein Nachbar, sondern Charlie Brown nennen sollen. Ungefähr so komme ich mir hin und wieder vom Spielen her vor. Dieser Anti-Skill. Jetzt gucken wir da nach unten. Lass dich fallen. Lass dich einfach gehen. Digga. Entspann dich, Digga. 50. Ich bin ihm zwar jetzt direkt ins Gesicht gesprungen. Nein, du bist ein armer Roboter. Ich übersehe wahrscheinlich tausende Sachen. Komm, kann ich da nochmal zurück? Cookies zum Beispiel, sehe ich. Böse werdende Roboter. I am Robot. So. Ich möchte ja nicht schon so viel sehen, wie es nur geht. Nein, noch nicht. Nein, nehm ich mit. Nächste. Nächste. Eine Runde, ein Euro. Wer hat noch nicht, wer will nochmal. Chips an der Kasse. Lösen. Es geht nicht. Schade. Das klappt nicht. So wie erhofft. Aber von der Seite kann ich mit dem Fuß hoch. Nein, die kommen zu schnell. Nein. Jetzt aber. Arme nach oben, dann wird man dich lüben. So. Okay, dann kommen wir wieder hier hin. Der eine Grüne kommt. Danke. Also da kann ich sowieso, wir sind ja eh schon von der Seite. Genau. Kann ich da sein? Nein. Okay, nein. Hier nicht. Ach komm. Herz. Schmerz. Haben wir nicht. Nein. Gott sei Dank. Erscheinen die Ufos? Einfach so? Nein. Und er crossed the line. Oder? Ziel. Sieht du schon ein bisschen so aus, oder? Oder doch nicht. Nein. Ufo. Danke. Wo kommt der nächste? Da. Schon cool ist, die alle dieselbe Straße nehmen. Babababam. Du hast einen Pfadfinder gefunden. Wilson, den ersten, ja? Nein, wie man merkt, eher nicht, weil ich glaube, ich komme eher schon zum Schluss vom Level. Du hast ein neues Snoopy-Kostüm gefunden. Jedes Kostüm verfügt über eine einzigartige Snoopy-Kraft. Himmel über Paris freigeschaltet. Sind wir jetzt endlich der rote Baron? Sind wir jetzt der rote Baron? Können wir jetzt den roten Baron freischalten? Was macht der grün? Oh, der macht Speed. Hätte der oben rauchen müssen, oder? Speed and Power. Blauer Kosmos. Blauer Kosmos. Runter. Ja, wir müssen schon runter. Du hast ein neues Snoopy-Kostüm gefunden. Jedes Kostüm verfügt über eine einzigartige Snoopy-Kraft. Pariser Untergrund freigeschaltet. Das ist doch jetzt Armdrücker. Das ist doch jetzt der Untergrund. Das ist doch... Doch, doch, doch. Ja, genau. Das da zum... Okay, wir können endlich da durch. Nur mit der... Ja, mit der Fähigkeit. Wenn wir dann den Karton finden, können wir durch den Karton stürmen. Aber sonst... Oder können wir das... Okay, wir können über diese Speed. Nein! Was? Es klappt auch in der Luft. Ich bin der Flash. Wir werden eigentlich interessant. Von wo kommt Snoopy eigentlich? Snoopy eigentlich? Welchem Land ist er? Amerikaner? Ich meine, Amerikaner. Sind sie amerikanische Zeichen direkt? Nachmal mach dich mal schlau. Mach dich mal schlau. Bis zum nächsten Mal musst du das wissen. Was ist denn, dass meine Tante wüsste, dass ich das nicht weiß? Oh mein Gott. Die ist großer Snoopy-Fan und ich weiß das gar nicht. Mein doch nicht. Mutter Roboter fällt wieder in Koma. Weil wir da einfach durch ein paar Kartons durchsausen. Ich bin gespannt, was als nächstes dann kommt. Nach... Okay, ich glaube, da sind wir schon gewesen. Nach dem Mond. Nach so viel Mond gesprungen. Du hast einen Pfadfinder gefunden. Es war absichtlich. Ich wollte den Pfadfinder noch holen, bevor wir hier weiterspielen. Ja, weil das echte Einbrecher können wir natürlich durch Karton rauschen. Mit Lichtgeschwindigkeit. Können wir da nicht hoch? Bitte was? Nein, natürlich nicht. Warum wir die Rotoruhren nicht können in dem Zustand, ist eigentlich... Ja, da würde die Maske natürlich verrutschen. Findest du den Rest der Suppe? So, ich glaube... Der Move. Lichtgeschwindigkeit. Licht in die Swindish Coin. Hat er jetzt was anderes gehabt? Komm, bleib mal stehen. Machst du jedes Mal was anderes? Ja. Du bist ein Adonis. Conan, der Barberpapa. Oder doch, der Bibliothekar. Arnold Schwarzenegger. In seiner besten Paraderolle als der Conan, der Bibliothekar. Oh, die Attacke funktioniert wirklich. Okay, wir können die einfach niederstürmen. Ja. Cool. Bitte. Und wir springen denen auch auf den Kopf. Guck dir doch mal diesen Skill an. Zack. Nein. Ach, leider nur einmal in der Luft möglich. Okay. Zu viel. Aber. Warte mal. Stehst du nicht umsonst hier. Nein, schade. Also du stehst wirklich umsonst hier. Das wollte ich sagen. Nach oben. Und. Flap. Gekommen. Herz. Danke. Alle guten Dinge sind 17. Und. Auch dieses Level. Ja. Ja, man kann ja sagen. Mit Provure oder First Try oder so. Ja. Der hat es geschafft. Also jetzt wollte ich wieder drücken. So. Riesen Klopfers. Schnelllauf. Riesen Klopfers. Schnelllauf. Ja, da kann ich. Klopfer kenne ich. Was machen die Dinge? Okay, das ist verwundet. Doppelt verwundet. Ich glaube, es ist eine Falle. Das ist doch Lucy, oder? Oder sollte Lucy sein zumindest. Ja, sammle die Herzen. Nein. Speed. Komm schon. Ich glaube, wir müssen hier nur flüchten, oder? Als ob sie uns hier folgen würde. Gekommen. Wie kannst du da durchschießen? Geh weg. Dann stehen die Ufos genau im Wege. Warum? Was hat Lucy mit dem Weltraum zu tun? Weltraum Lucy aktiviert. Das ist schon so ein lange gerade Kurm. Ende. Sie sieht schon. Jetzt Lexi ab, komm. Und dann kommt diese... Ich will da sehen, was das war. Können wir das sehen? Nein, äh, nicht. Nur die Beine. Sie mag das doch. Komm. Ja, und ein kleiner Schritt für uns. Ein großer Schritt vor der Menschheit. Ähm... So. Wo geht's weiter? Wo geht es weiter? Ba, ba. Das haben wir schon. Hasentempel. To the moon. Moon-Oberfläche. Kommt noch Schröder vielleicht als nächstes. Ja, gut. Schröder. Himmel über Paris ist das nächste. Okay. Leiners guckt doch nicht so... Was? Pariser Untergrund. Okay, beides haben wir freigeschaltet. Und... Okay, dann können wir uns wählen dann zwischen Pariser Untergrund oder über dem Himmel. Ich würde über den Himmel nehmen. Weil, ja, als Fan vom roten Baron, also Snoopy als Baron, ja, vielleicht nur kommt was witziges. Ähm, ich sage danke fürs Zusehen. Oh, die Geräuschkulisse. Göttlich. Ah, ich bin in den Kinofilm. Und ich will den Pean-Up-Film wieder mal, oder den Zeichentrick wieder mal gucken. Ähm, ich bin nicht wahr, euer Nachbar. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Morgen, guten Abend, guten Morgen, frohe Ostern, Weihnachten, Neujahr, Pfingsten und was es sonst noch so gibt, Geburtstage, Namenstage. Ich bin nicht wahr, Nachti und tschüss, ja, und bei, bei und danke fürs Reingucken und bis bald. Wahahahahahah. Rrrt.